Und vielleicht startest du nur deswegen jetzt gerade nicht mehr der Telefonakquise, weil du Angst hast, du könntest deine Wunschkunden verbrennen. Du rufst irgendwo an, du kriegst da keinen Termin, ja und dann ist der Kontakt weg und du willst den aber ja eigentlich so unbedingt als Kunden gewinnen. Mach dir eine Sache bewusst, in der Telefonakquise kannst du niemals, niemals, niemals einen Kontakt verbrennen, sodass du nie wieder eine Chance dort hast. Wenn du heute keinen Termin dort erreichst, dann ruf doch einfach in drei Monaten, in sechs Monaten nochmal an, die Person wird sich nicht mehr an dich erinnern, weil die in der Zwischenzeit so viele Kaltakquise-Anrufe bekommen hat und in der Zwischenzeit sich auch intern bei denen so viele Dinge verändert haben, dass wenn die heute keinen Bedarf gehabt haben, du nicht weißt, ob sie in drei, in vier, in sechs Monaten deine Dienstleistung, dein Angebot vielleicht doch brauchen. Also du kannst keine Kontakte verbrennen, von daher ruf heute die Leute an, die du als Kunden gewinnen möchtest und wenn es nicht klappt, legst du dir auf Wiedervorlage, du kannst jederzeit dort nochmal einen neuen Versuch starten.